Hallo Mitterrand, ich freue mich am 4. Februar mit der HSG Leimertal ein Training zu machen. Das im Rahmen des Projekts Nazi trainiert Nordwestschweiz. Darum hoffe ich auf ganz viele Anmeldungen, auf einen tollen Tag mit euch und dass der Anlass ganz vielen handballbegeisterten Kinder in bester Erinnerung bleibt. Bis bald, ich freue mich.